Hi, Servus, ich bin der Tobi, ich bin der Fachleiter Spotsdamment hier im Robinson Club Daedalos. Ich kümmere mich hier um das Tagesprogramm Beachvolleyball, Fußball, Jekami und natürlich unsere große Schwammschlacht, wie ihr sie hinter mir gerade seht. Es macht tierisch Spaß hier zu arbeiten, das blau-weiße Paradies. Sie haben eine tolle Lage, tolle Einrichtungen, tolle Leute, auch hier tolle Gäste. Also wenn ihr mal Lust habt, dann kommt einfach mal vorbei. Es lohnt sich wirklich hier im Robinson Club Daedalos den blau-weißen Paradies Urlaub zu machen. Ciao, ciao!